Die Duale Hochschule Baden-Württemberg ist die erste duale Hochschule in Deutschland mit abwechselnden Theorie- und Praxisphasen. Das heißt, du lernst in den Vorlesungen nicht nur theoretisches Wissen, sondern kannst das Gelernte direkt in der Praxis anwenden. Das alles im dreimonatigen Wechsel. Nach drei Jahren schließt du das duale Studium mit dem Bachelor ab. Die DHBW ist zwölfmal in Baden-Württemberg vertreten. In den Theoriephasen besuchst du an einem unserer zwölf Standorte Vorlesungen und nimmst an Seminaren und Planspielen teil. Dabei stehen dir unsere Experten aus der Praxis zur Seite. In einer Kursgruppe sind selten mehr als 30 Studierende. Dadurch entsteht ein enger Kontakt sowohl unter den Studierenden als auch zu den Professoren und Dozenten. In den Praxisphasen durchläufst du bei deinem dualen Partner, das heißt im Unternehmen oder in einer sozialen Einrichtung, verschiedene Abteilungen und Bereiche. So kannst du bereits während des Studiums wertvolle Praxiserfahrung sammeln. Und das Beste, du verdienst während deiner gesamten Studienzeit Geld. Du hast die Wahl aus mehr als 20 Studiengängen mit rund 100 Studienrichtungen in den Bereichen Sozialwesen, Technik und Wirtschaft. Erfahre mehr über das duale Studium unter www.dhbw.de